Willkommen zu Worms Revolutions mit dem Simon. Hallo, hallo. Wir sehen mal eine Runde, die wir gerade eben gesehen hatten in der letzten Folge. Die musste ich dann leider beenden, weil... Ich will immer einen Anfang haben, immer ein Ende haben. Ist besser. Meinst du, ich treff das? Was willst du denn treffen? Mich unten, den Kevin. Ne, so war das nicht verabsichtigt. Wollte das Fass da treffen, recht links. Und er hätte eine fette Explosion gegeben. Scheiße. Aber er ist ein Wasser. Ja, das stimmt, aber es hat nicht viel Schaden gemacht. Ich hätte viel mehr machen können. Oh ne, jetzt ist hier wieder Wasser. Jetzt kommen hier wieder die fetten Baseballschläger zu... Aber meiner steht da voll geil. Oh. Oh. Oh, ich möchte auch nicht sehen. Hä? Ich weiß nicht. Weck mich. Ich will nur deine Position haben. Puh. Die Position fand ich geil. Mäh. Was war das denn? Keine Ahnung. Er ist dran. Achso, meiner ist ein Wasser. Der hat das gemacht. So. Na, wenn du es langweilig machst. Verkackt bitte. So. Das hätt noch kein Plass haben müssen. Ich würde gerne wissen.. ob das hier weit genug ist. er saufer jammer nicht mann und spielen spielen ja ich glaube das ist das ist was kann ewig gewonnen keine ahnung du warst halt auf einmal so gut ich auf einmal wie ich war auf einmal so gut keine ahnung eins hat einem anderen geführt und dann wort sie einmal gut ja das hat sich diese offenen apps aber man kann ja nur zum glück zwei rausholen das hat vor allem verrecken da unten was machst du eine idee ich würde wissen ob das funktioniert ich würde das fehlt jetzt total aber wie habe ich da spaß dran es funktioniert nice all fliegt aber in die falsche richtung schluss aber das ist auch immer so offen ich hätte jetzt auch untergehen können die da auch unterschlagen kann aber ich kein bock drauf ich habe ich habe gehofft dass das dynamite nach links kriegt weiß dann sonst wasser eigentlich war das für die verschwendung von dynamit das war nicht so gut mein freund ich dachte ich glaube das ding fliegt zum bogen ja ich glaube da oben schießen wird sich schwer preis das mache ich jetzt einmal versuchen dahin zu schießen mit dem wie macht man das mit dem falschen scheinbar ich glaube gedrückt halten dann ich habe gedrückt gehalten aber es ist nur kurz aufgegangen dann glaube ich nur einmal drücken ich habe es eben auch nicht hinbekommen ok wurde die kiste mache ich besser nicht ob ich fallschaden kriege wenn ich hier runter gehe klar kriegst du aber schon ist hier so hoch ja glaube ich auch mache ich jetzt das was bekommen moment steht meistens unten immer moment steht und das kann man keine ahnung heute wenn die vierundvierzig ich hätte eigentlich was anderes überlegt was hätte ich machen sollen ja die macht immer so wenig wer kommt jetzt dran der rechte glaube ich der rechte jetzt ist die frage den will ich eigentlich damit weg bewegen jetzt habe ich dir noch eine idee gebracht überlegen kommt nicht weit genug ich habe eine fette idee zum ausprobieren habe ich sowas gibt es eine lenkrakete ja, oben rechts oben rechts mal sehen ob das wird oh, das wird richtig schwer oh mein Gott oh, scheiße alter, war das knapp das war richtig knapp, oder? ich habe so schön diese Fluglinie gesehen, aber die scheiße war das ein Erzsepfel? ne, das war eine Kiste, ne? ne, ein Erzsepfel war das boah, ich habe schon wieder zwei Runden gefailt, ey also ich möchte es so für einprobieren, ey ja, ich probiere auch gerade was ja ich will das probieren also lenkrakete wird's, wird scheiße ne guck mal ob das klappt, ne? mich nach rechts kicken? ja oh jawohl lol, das war nice das war richtig nice ich dachte, ich sitze ich dachte, ich sitze da voll geil in der Ecke genau das wollte ich bezwecken komm mal alter hätte aber nicht klappen können ich war mir nicht sicher ja ok ok wie kriege ich den denn da jetzt weg? gar nicht der ist gar nicht da was denn? äh haha schütze aber als nächstes nicht Da, 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 da. Okay. Warte ich wohl eigentlich das Ding da hinten haben. Oh, ich verbrauch grad vieles viel Zeit, aber mach ich mir dumm. Ah, ist ja genug. Zeit? Ja. Das war dumm. Oh, ich hab immer noch Zeit. Das ist kein Fall, der möchte kommen. Was war daran dumm? Äh, fuck. Nein, warte ich muss hier weg. Bleib da, jawoll. Ich hab gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich nur vom Wasser weg. Aber ich wollte was anderes machen. Mal einer verreckt jetzt unten. Den kann ich spielen. Geh raus. Ich will mal was versuchen. Hä? Wo ist denn der Raketenwerfer, der, der... Dings? Hä? Hä? Hä, was ist denn Abfluss? Weiß ich auch nicht. Vielleicht kannst du das Wasser wegmachen. Dann kann man das Wasser wegmachen. Dann kann man das Wasser wegmachen. Ja. Nice. Was dann? Keine Ahnung. Was denn? Äh, was mach ich denn jetzt? Das ist keine Zeit. Das ist, ähm, das Volumen von dem. Ja, glaub ich auch. Ja, glaub ich auch. Aber wie, was kannst du denn damit machen, frage ich mich. Das Wasser weg. Hello! What water? Noll! Die Kiste hat dich gerettet. Willst, willst du mich verarschen? Was? Wie geil! Ich hab' das Item bekommen. Was ist das einfach dumm, ey? Drei Runden gefehlt, ey. Kann ich gar nicht wingen. Na, ich bin so eh lokal. Was find... Jetzt? Granate werfen oder was? Ich weiß es noch nicht. Was? Hä? Wo geht denn das? Unter die Erde geht das. Lol, was ist das? What dat? Ach, das ist so'n komisches Item. Lol. Ich glaub, die Dinger mögen eine Eigenschaft. Lass mal fallen. Ich glaub, das explodiert. Oh! Oh! Oder auch nicht. Da steht Fluid, das ist irgendwas... Oh, doch, ich glaub ich weiß es. Jetzt weiß ich's. Ich nicht. Ähm... Das ist hochentzündlich. Ja, aber hier ist in einem Feuer. Ja, aber wenn du da eine Borde hinschmeißt oder so. Toll, ist trotzdem dumm. Das war geil eigentlich. Ähm, jetzt brauche ich irgendwas, wie ich hier wegkomme. Ich probier's grad viel zu viel. Ja, ich auch. Aber das macht das Spiel aus. Ja. Dann kann ich alles wissen. Denk ich auch. Ja, man lernt ja dazu. Ist ja etwas langweilig, wenn man alles kennt. Ja, denk ich auch. Aber ich doppel... Krieg ich Doppelkill hin damit? Ich glaube nicht, aber ich versuch's. Keben Werfer wäre Doppelkill. Ja, weg. Oh scheiße, ich hab da nen Falsschaden bekommen. Oh. Oh, der ist tot. Selbstdestruct! 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 Soll ich schon... Das hab ich schon noch einen, ey. Fuck. Der sitzt wo? Weg. Weg. Ach du hast das eben auf deinen eigenen geschmissen? Hm. So, hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte es wär meiner gewesen. Ja, ne, die anderen waren unter der Erde. was sind ziemlich knapp das spiel das wasserbombe ich glaube die bringt aber nicht mehr die macht wasser die macht kaum schaden oder was habe ich letztes mal gemacht ich habe auch irgendwas mit wasser gemacht weiß aber nicht mehr was im shop habe ich nichts alter gefallen ja ich springe noch mehr weg so 100 gegen 100 gescheuert nur das ist ein bescheuert aber ich kann damit nichts anfangen recht wenn du scheiße sitzt kleiner mongo schlagen bin ich eh weg das geht was habe ich letztes mal schon ausprobiert warte ich wollte gerade irgendwas machen dann war es ja gut dass an die wand gelaufen bin wohl nee das will ich eigentlich nicht machen warum ich weiß nicht ob das so gut ist was ich jetzt vorhabe da ist auch eine kiste kein problem denn da zwei und da haben ich weiß auch nicht was das bringt aber okay ich hoffe ich komme ich bin eigentlich ich komme ich hier weg eigentlich wo ist denn weg Alter ich verarschen du machst viel zu steil ich will sein kriegt hoch aber das ist auch viel zu hoch das ist keine mehr da man hat unendlich bis du triffst weißt grad nicht wie ich da reinkriegen soll doch ich hab doch ebenso was bekommen nice putz mal schön alter alter das hat nicht genug schaden gemacht aber die zwei dinger sind weg die zwei selbstversammlung ja achuch achuch hm ne die das jetzt kann ich loslassen ja nur lehrt hast du nochmal ok was hat das gebracht ich weiß es nicht ich weiß wirklich nicht wie die chineser hast du gemacht oder ja aber was hat das gebracht ich weiß es nicht hm ok das dürfte jetzt einfach werden aber ich will halt auch was ausprobieren schwing dein ding hui lol oh fuck ich ist voll schwer zu steuern warum aber links rechts oh lol ich bin voll der meister mit dem seil warte ich hab irgendwas bekommen ich hab's nicht gelesen spreng irgendwas hab ich bekommen und jetzt luftangriff toll was hab ich denn bekommen keine ahnung keine ahnung keine ahnung keine ahnung langweilig ok ich mach was anderes oh scheiße das verdammt ich wollte eigentlich aufladen weißt du was hat denn telekinese grad bei mir gebracht keine ahnung nix telekinese ist doch eigentlich sowas wie gedankenlesen oder oder nicht ja eigentlich schon oder wie ich grad was ist das hm sie sind gleich hä ich mach das gleiche wie ich hoffentlich fällst du wuuu das ist voll geil was ist das gift oder was neun alter ich dachte die wasser für's holen bringt mehr also ich will nochmal einen versuch starten warte pass auf ich will eben wissen was ich eben bekommen habe nein bei mir fühlt sich das wasser ok schrotflinte was hab ich bekommen eben sun death kommt jetzt hello ok Mist bekommen hab ich noch hab ich das noch nein hab ich nicht noch hab ich mal sehen ob es diesmal klappt das ist kalt würde ich sagen doch klappt neu weil der 30 schaden macht das ding mhm kann sein dass du nicht richtig weggeflogen bist weil du im wasser warst kann sein ja what the heck what the heck geht's vor ist das auch geil wär wenn das wasser jetzt steigt und dann äh was ist das achso das ist eine normale baller bazooka mal sehen alter nein jetzt ist feierabend mein freund ja leider schott da runter noch oh ich fehle jetzt ach quatsch ich fehle jetzt bestimmt ich bin tot eine kleine sache und ich bin tot hab ich noch ein seil ja ich hab noch ein seil wuuu warte ich hab mir jetzt hab mir nicht will ich was ausprobieren ah du kannst was ausprobieren ok toll war das aber nicht geplant wie feuer ich das denn ab soll ich das mal wissen shift vielleicht am chat leertaste linke maustaste jetzt hast du auf jeden fall nicht what the heck ich hab mir selber ich hab mir 17 schaden dadurch gemacht aber leider nicht tot ich will selber auch noch was zeigen naja es geht da war glückwunsch der ist nur ein gewinn der junge weißt du nicht warum ey obwohl ich fehle auch voll oft ich weiß was du machst ausprobieren ja ich auch dann weiß ich nicht na gut dann vielen dank für's zuschauen bis zur nächsten folge tschüss